Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du reinklickst. Heute habe ich mir den Klassik-Schulrucksack von Beckmann genauer angesehen und das erwartet dich jetzt. Der Beckmann Klassik 22 Liter eignet sich für Grundschulkinder jeder Statur von der ersten bis zur zweiten Klasse und der Hersteller verspricht, eine Schultasche, die Bewegungsfreiheit, Gewichtsübertragung und eine perfekte Anpassung an das Kind bietet. Grund genug, den Klassik 22 Liter von Beckmann genauer unter die Lupe zu nehmen. Hält man den Beckmann Klassik-Schulrucksack in Händen, fällt gleich sein geringes Gewicht von nur ca. 940 Gramm auf. Der Schulrucksackrücken und die Tragegurte sind weich gepolstert und sorgen für einen hohen Tragekomfort. Der höhenverstellbare Brustgurt und der gepolsterte Beckengurt sorgen für ein sicheres Tragegefühl. Wenn du den Schulrucksack richtig einstellst, erfährst du in einem extra Video. Den Link findest du wie immer oben in der Infokarte. Trotz seinem geringen Gewicht bietet der Beckmann Klassik Schulrucksack ein großes Volumen von 22 Litern. Hier finden deine Schulsachen viel Platz. Öffnet man den Deckel vom Beckmann Klassik 22 Liter, sticht einem sofort das gepolsterte Schwerlastfach für Bücher ins Auge. Am Schwerlastfach ist ein gepolstertes Tablet-Einschubfach aufgesetzt. An der vorderen Wand im Hauptfach befindet sich ein weiteres Einschubfach, in dem zum Beispiel ein Federmäppchen oder eine Brotzeitbox verstaut werden können. Schulunterlagen finden im Hauptfach ausreichend Platz. Ein DIN A4 Ordner kann in den Schulrucksack eingesteckt werden, allerdings verformt sich der Schulrucksack dadurch. Das Hauptfach ist mit einem Kordelzug ausgerüstet. Zusätzlich zieht die Innenkompression das Gewicht zum Rücken. In den Seitentaschen können Getränkeflaschen bis 0,6 Liter eingesteckt werden. Die Reißverschlussseitentaschen besitzen keine Auslauföffnungen. In einer der beiden Seitentaschen befindet sich ein abnehmbarer Schlüsselanhänger. In der Vortasche mit zwei kleinen Einschüben können Kleinutensilien griffbereit verstaut werden. Der Schulrucksack Beckmann Classic 22 Liter hat keinen festen Boden verfügt, aber über vier Stellfüßchen, die seinen Inhalt vor Schmutz und Feuchtigkeit schützen. Redere reflektierende Flächen vorne an den Seiten, an den Trageriemen sowie an jedem Gurtende, eine Aufhängeschlaufe und ein Adressschild hinten am Rücken zählen zu den weiteren Pluspunkten vom Beckmann Classic 22 Liter Schulrucksack. Der Schulrucksackdeckel wird durch zwei Steckverschlüsse geöffnet. Vorne befindet sich eine in den Schulrucksack integrierte Blinkleuchte. Das Material fühlt sich hochwertig an, ist leicht zu säubern und wasserabweisend, jedoch nicht wasserdicht. Deshalb solltest du den Classic 22 Liter Schulrucksack von Beckmann mit einer Regenhülle überziehen, wenn es regnet. Diese wird mit dem Schulrucksack ausgeliefert. Die Regenhülle ist im Deckelfach verstaut. Die norwegische Marke wurde bereits 1946 gegründet. Auf dem deutschen Markt sind die Schultaschen der Marke Beckmann allerdings noch ganz frisch. Deshalb wurde der Beckmann Schulrucksack Classic 22 Liter noch nicht von der Stiftung Wagentest oder von Öko-Test getestet. Den Schulrucksack Beckmann Classic 22 Liter gibt es in Kanadien-Variante nach 58,124. Was dies bedeutet, erfährst du in einem extra Video. Den Link findest du oben bei den Infokarten. Aktuell wird der Beckmann Classic 22 Liter Schulrucksack als vierteiliges Set angeboten. Außer dem Schulrucksack sind im Set ein Sportrucksack, ein gefülltes Federmäppchen und ein Schlampermäppchen enthalten. Den Sportrucksack kannst du einfach und bequem am Ranzen befestigen. Jeder Beckmann Schulrucksack Classic 22 Liter wird mit drei Motiv-Buttons am Rucksack und einem Motiv-Button am Schlampermäppchen ausgeliefert. In einem kleinen abnehmbaren Reißverschluss-Täschchen sind zwei weitere Motiv-Button und ein Reflektor-Button versteckt. Der Beckmann Classic 22 Liter Schulrucksack hat an der Vortasche ein großes Motiv. Bei einigen Motiven ist aber die Vortasche wendbar. So kannst du dich entscheiden, ob du die Fronttasche mit oder ohne Motiv haben möchtest. Mein Fazit mit dem Beckmann Classic 22 Liter Schulrucksack entscheidet man sich für einen wirklich guten Schulrucksack, der nicht nur leicht ist, sondern auch ein ergonomisches Tragesystem besitzt und eine sehr hohe Funktionalität bietet. Wenn du mehr wissen möchtest, dann findest du hier oben in den Infokarten einen Link, über den du genauere Infos erhältst. Wenn du bereits eigene Erfahrungen mit dem Schulrucksack Classic 22 Liter von Beckmann gemacht hast, dann würde ich mich über deine Kommentare sehr freuen. Vielen Dank fürs Reinklicken und wir sehen uns. Abonniere den Channel, wenn du es noch nicht gemacht hast und like dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Hier unten kannst du mich direkt im Shop besuchen oder dir hier noch eines meiner Videos ansehen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.